Wo ist mein Handy? Alles klar. Ich bin gleich live im Radio drin. Wo ist mein Handy? Wer hat mein Handy gekauft? Was für ein Handy? Ich hab kein Handy gekauft. Komm, meine ganze Industrie stopp machen. Wir müssen mal stopp machen. Okay, wir müssen stopp machen, weil sein Handy ist weg. Was hast du denn für ein Handy? iPhone 6. iPhone 6? Nicht schlecht. Der ist irgendwo draußen. Jetzt geht er wieder raus, weil er sein Handy nicht... Wir sollen kurz warten. Okay, alles klar. Wie lange ungefähr? Viertelstunde. Viertelstunde. Alles klar, Ladies and Gentlemen. Alles klar. Du redest ja zu ganz Berlin. Was weiß ich? Sag ruhig, hi Berlin. Hi Berlin City. Hey Berlin City. Ich kenne die ganze Stadt. Ich war gestern hier an einem Party. Wo denn? Ein Disco. Von Kollegen. Von wem? Frag nichts. Was weiß ich nicht. Was weiß ich nicht. Wellensittig, ne? Wellensittig habe ich geschrieben von einem Kollegen, der hat Hochzeit gehabt. Ist der gleiche Kollege mit dem Club oder anderer? Anderer Typ. Echt? Echt? Und der hat eine Hochzeit gehabt? Der hat Hochzeit gehabt. Der hat seine entfernten... Verwandte. Freundin. Cousine. Cousine. Okay. Von denen seine Freundin. Okay. Hat er geheiratet. Getrennt. Die hatten eine andere Freundin. Mit der hat er sich auch getrennt. Aha. Und jetzt hat er gesagt einen Typen. Jetzt ist mit einem Typen zusammen. Ja. Und die zwei haben jetzt geheiratet. Die zwei Typen. Und wen kennst du? Was warst du? Ich verstehe jetzt nicht, was du sagst. Du redest mich gerade richtig. Entschuldigung, dass ich in heutigen Zeiten Internet reingehast. Bist du, brauchst du WLAN irgendwas? Kannst du mich konzentrieren lassen? Kannst du den ganzen Laden umdrehen? Er ist ja der anstrengendste. Sind die Tränen runtergelaufen bei Wellensittich? Oder wie war die Reaktion so auf den Song? Denk mal selber über deine Frage. Du müsstest jetzt mal ein Wetter für uns machen. Klar. Für die Leute in Berlin. Okay, mit Antoine bitte. Mit Antoine. Guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag. Hier ist Antoine Wurtz. In Berlin-City-Hauptstadt von dem ganzen Ding. Von dem Deutschen. In Berlin-City in den Tag mit vielfachen Wolken. Gebetenweise kann es in der Sonne sein. Ja. Für den Werfen kann das sein. Zwei, drei, vier. In Kratz. Und danach hat er das Ganze gepisst. Von morgens bis zum tiefsten Schnee. Schnee? Du sollst deine Schnauze. Mit einer Geschwindigkeit von 17 bis 20 kmh. Gleichwinter von Südenberchten. Vielen Dank, Damen und Herren. Der kann doch nicht sagen, dass Schnee kommt. Die Leute sind zu Hause und denken so, was soll ich jetzt anziehen? Ey, Winterjacke, was sollen sie anziehen? Habe ich gesagt, dass es von zwei bis 14 Grad ist. Ja, aber mit Schnee. Und wenn Schnee ist, was ist das? Bei welchen 14 Grad sind denn Schnee? Wo? Meine Damen und Herren. Heute ist kein Schnee. Streit den Grad in Berlin. Tut einen schönen Tag haben. Die zwei haben gerade Job verloren. Schlimmster Stau. Boah. 100 Stadtringrichtungen. 100 Stadtringrichtungen. Wedding-Einfahrt-Britz-Sadam ist wegen dich im Verkehr gesperrt. Ich habe ein Modelangebot. Was von wem? Für uns oder was? Von wem? Von Fetten Marke. Ja, welche? Fetten Marke hat mich gefragt, ob ich modelen will. Ja? Warum? Entschuldigung. Wegen meinem Körper. Okay, verstehe. Kannst du uns gleich ein bisschen mehr erzählen, wenn du ein paar Details preisgeben kannst? Ich bin, ich bin, ich bin... Welche Marke? Ich will nur wissen, welche Marke. Sag mal Anfangsbuchstammig. Sag K. F. Fett. Fettfarm. Fettfarm. Kann nur Fettfarm sein. Ich weiß es nicht. Fettfarm. Ich weiß es nicht. Fettfarm. Feiler. Feiler. Ferragamo. Mit F, mit A. Salvatore Ferragamo. F. U. L. Foll. Folli. Französisch. Folli. 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 Ey, kick gleich den Mikrofon weg! Hey, Berlin City! Antoine ist bei uns, ey. Ja, was will ich machen? Ich hab Zeit gefunden. Dankeschön, ey. Sag mal, warum hast du deinen Song Wellensittich genannt? Warum Wellensittich? Warum Wellensittich? Warum? Hast du den Vogel mal angeguckt? Der ist klein. Der ist blau. Ja. Nee, auch. Hast du gesehen mal von mir den Wellensittich? Dein nicht, ne. Aber so generell. Wellensittich, der kann drei Stunden in Luft bleiben, wenn der fliegt. Bisschen Kolibri. Merk mal richtig, dass du so dumm bist. Hört ihr? Hier sind zwei Biologen. Alle beiden zwei Biologen hier. Nee, nee. Wellensittich fliegt drei Stunden, wenn du den läschst. Mhm. Aber da ist immer ein Käfig drin. Ah. Deswegen hat der vergessen, der Dunckopf, dass der fliegen kann. Und ich tu den mit dem Lied freilassen. Ach so. Ach, deswegen ist das auch so. Metaphorisch, freilassen in dem. Hm? Mensch, Mensch. Na, 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 na. Du auch nicht. Guck mal, mein Ado. Guck mal, mein Ado hier. Guck mal, mein Ado hier. Ja. Ich mag das einfach nicht, wenn man so über Tiere redet. Das ist der Kekopfer. Was für die. Ey, ich hab die Bogen. Was? Ich hab die freigelassen. Danke. Äh, du bist schon ein Macher, Alter. Ja, auf jeden Fall. Ich tu. Antron Hassler, kannst du Wetter machen? Natürlich. Hau rein. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen in Berlin City. In Berlin ist ein Tag, Vielfall, Wolken. Gebietenweise kann Sonne sein oder mit Wärten von 3 bis 13. In Nacht regnet es ein Tiefwerten. Und wenn er jetzt wieder Schnee sagt, gehe ich. Von 5 Grad mit Geschwindigkeit von 7 bis 21 Grad. Weder sagt Schnee. Der Wind in südwestlicher, nordwestlicher Richtung. Ja. Mit den Böwen, mit den Möwen zwischen 72 und 50 kmh. In Rennen tut man das rechnen. Runter. 13 Grad ist heute nicht. Wolken ist heute nicht. Was ist heute? Kein Schnee. Sonne. Ah. Yeah, Antron. Das ist mal wirklich ein Wetterbericht, wo man sagt, okay, da weiß ich jetzt definitiv, wie es heute nicht wird. Genau. We're an Englishman. We're an Englishman. Leute, ich gehe hier raus, bevor ich mit den zwei Eskalateuren komme. Dat macht sowas wie sein. Das macht mir schon. Warte und ich gehe hier raus. Das macht mich nicht. Ein Volt, die in die Verte, die in die Praxis. Klasse 1. Alle die laufen, die in die Autos drin sind, das fahrt einfach aus. Da ist einfach aus. Gesundheit. Wann geht es weiter in Sendung? Ey Junge, bleib mal locker. Komm mal kurz runter in dein Leben. Mach mal lieber den Song mal an. Flieg, flieg kleiner Wellensittich, flieg nicht nur fixier. Kannst du ein bisschen was auf dem Röder machen, ne? Genau. Ja, aber kannst du mal ganz kurz langsam sagen, was du da sagst? Flieg kleiner Wellensittich? Gut, ich sag dir das. Flieg kleiner Wellensittich, flieg Richtung Fixierung. Flieg kleiner Wellensittich, hoffentlich kriegst du keine Erfrierung, weil es kalt ist. Das macht Sinn, ey. Herbert Grönemeyer hat das produziert. Ernsthaft? Hört mal einfach. Weil der Sound ist schon exklusiv. Ja? Pass auf dich auf, ja? Pass auf dich auf. Pass auf, aber du auch besser auf dich. Hey, auf Wiedersehen. Pass auf, was du sagst. Pass auf dich, Gott. Oh, das stimmt. Nein, ich bin gerade angespannt. Hey, du dich mal zurückhalten. Du mal kurz einen Step Back. For your auto. Oh, 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 oh. Ich tue jetzt ganz festen Cola-Clack. Hey, Leute. Ihr seid alle frei. Ihr könnt jetzt nach Hause gehen. Ihr braucht nicht mehr unterdrückt werden. Ihr könnt gehen. Deine neue Jam-FM-Morning-Show mit John und Rashid. Vielen Dank.